Hallo ihr Lieben, ihr habt euch ja gewünscht, dass wir euch wieder mitnehmen, wenn wir wieder kochen, Rezepte probieren, etc. Pippi und als erstes, was wir jetzt machen, habe ich mir gedacht, ich habe noch eine Gurke und bevor die schlecht wird, machen wir eine kalte Gurkensuppe heute zu unserem Essen. Dazu nehme ich diese Gurke und schneide sie in die Dori rein, dann brauche ich bitte Minze. Dann mache ich ein bisschen Dill rein, gefrorenen Dill, das ist der Rest, bevor wir die wieder drin machen. Jetzt habe ich hier erstmal Minze und in die Gurkensuppe mache ich auch noch Minze rein. So, das kann auch draus bleiben, wir machen noch einen Dip. So, jetzt brauche ich ein bisschen Zitrone. Warte, lass mich erstmal das... Nur ein bisschen Salz. Also, das ist jetzt ein ausgedachtes Rezept, ne? Kein Salz-Streuer. Das ist ein ausgedachtes Rezept. Aber ich habe gedacht, zu den Zucchini-Puffer, die wir heute essen, passt das ganz gut. So. Und das mixe ich jetzt erstmal. Und dann bin ich wieder da. So, jetzt habe ich das hier alles so schön, richtig schön püriert. Jetzt kommt Naturjoghurt rein. Ich nehme ja immer diesen griechischen oder türkischen Joghurt. Mal sehen, ob der diesmal besser ist. Den letzten fand ich nicht so gut, ne? Also, jetzt muss ich den hier mal umrühren. Ja, siehst du, der hat eine ganz andere Konsistenz, wie der, den wir davor hatten. Wie viel Naturjoghurtbräuken hier für die Zucchini-Puffer? 200 Gramm. Okay. Dann machen wir hier mal. So. Ja, das hätte ich den natürlich rausnehmen sollen. Okay. Und dann brauche ich noch ein bisschen Salz. Gibt so ein bisschen Zucker. Schuss Zucker. Und mal ein bisschen Pfeffer. Und das lassen wir jetzt nochmal durchmixen. Dann bin ich wieder da. So, Leute, die Suppe ist fertig. Die sieht lecker aus. Die schmeckt lecker. Ich werde sie mal umfüllen. In so einem Schüssel, weil ist ja eine kalte Suppe. Und die... Ähm... Oh, ich brauche mal einen Geizhals. Ach, hier, der hier, ne? Mal gucken, ob ich das auch so schön kann wie die Irmi. Wäre ja schade drum, wenn das in den Müll oder in den Abfluss geht. So. Das ist unsere... Das ist jetzt erstmal unsere kalte Gurkensuppe. Irmi meinte gerade, wenn sie nicht so kalt wäre, dann würde sie schmecken. Das ist wieder typisch Irmi. Aber lecker. Lecker. Die stelle ich jetzt. Ich lasse sie draußen stehen, damit sie nicht so kalt ist, sonst... Ne, wegen der Irmi. Aber das ist schon mal unsere Gurkensuppe. Einfach schnell gemacht. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Topf ist sauber. Jetzt machen wir die Zucchini-Puffer. Jetzt kommen die Zucchini. Die schneide ich jetzt hier. Umi hat sie schon entkernt. Jetzt schneide ich sie. Jetzt muss ich erstmal Akku wechseln. Koffe. Wir hätten jetzt erstmal schnell den Dip vor. Fünf Essel gemischte Kräuter. Dann brauchen wir 200 Gramm Joghurt. Naturjoghurt haben wir hier. Ja, reicht. So, dann kommt rein... Zitronensaft. Halm... Zitronensaft. Okay, ein Esslöffel Zitronensaft. Drinnen. Salz, Pfeffer. Wenn ihr dieses Himmel-Jajaja-Jajaja-Salz habt, da braucht ihr nicht viel, weil das ist sehr salzig, ne? Und ich gebe eine Prise Zucker in, obwohl es nicht drinsteht, aber kann ja nicht schaden. So, das verrühre ich jetzt erstmal. Und das können wir dann kalt stellen, weil das ist der Dip. Das soll der Dip werden. Und wir haben jetzt die Frohno-Kräuter genommen. Das sind acht Kräuter. Und, ja. Das kosten wir mal. Jo, aber... Jo. Warte mal, vielleicht muss ich ein bisschen durchziehen. Noch sagt es mir noch nicht wirklich zu. Aber doch. Ist okay. Kann man lassen. So, jetzt geht es weiter hier mit den Zucchinis. Die Zucchini-Stücke in den Mixbehälter geben. Okay, ich schneide jetzt erstmal alle so klein. Und gebe die in den Mixbehälter rein. 400 Gramm Zucchini sind das, ne Maus? Ja, ausgehöhlt sind es auf jeden Fall 400. Okay. Ja, man muss sie aushöhlen. Ja, da steht ja denn der, das Gewicht, äh... Ja, ja, ja. Alles gut. So. Hier, 15 Sekunden Stufe 4. Ja, aber das ist noch zu groß. Das ist ja noch zu groß. Das müssen wir nochmal machen, weil das ist ja hier zu groß. So große Stücken drin, ne? Ne, das geht ja nicht. Ja, jetzt sieht es schon besser aus. So lasst mir das hier fallen. Hier. Das müsstest du mal rausholen, bitte. Und dann müssen wir das salzen und erstmal beiseite stellen, weil das Wasser erstmal raus muss. Ich brauche ein Lineal. 3 cm ist es. Mach jetzt so. Die sollen ja auch klein werden, also. Sind das genau 300 Gramm Maus? Ja. Siehst du, die Möhr, die haben wir ja Donnerstag gekauft. Ja, heute ist Samstag. Und ich habe sie so hier unten, ne, nur das Grüne abgeschnitten und ins Wasser gestellt und sie sind immer noch knackig. Also kann man machen. So, dann kann ich den Topf jetzt wieder nehmen. Dann kommen jetzt die Möhrchen rein. 10 Sekunden Stufe 6. 10 Sekunden Stufe 6. Ja, steht da. Jetzt geht es weiter. Jetzt hat Irma die Zucchini in eine Windel gegeben, eine unbenutzte Windel und drückt, warte mal, warte, drückt das mal, ich gebe dir eine Schüssel. Da, hier drüben auch. Und drückt jetzt diese Flüssigkeit, die die Zucchini gelassen hat, weil die brauchen wir nicht, die Flüssigkeit, sonst wird der Teig zu flüssig. Super. So, dann hole ich mal den Kimorin zurück. Achso, kommt ja alles hier rein. Wollte ich gerade sagen. Guck mal, was das an Flüssigkeit rauskommt, ne? Das reicht, Schatzi. So, kannst du mal zeigen, die Flüssigkeit? Wie viel Flüssigkeit die lassen? Und das ist auch nur ein Teil, weil das andere hat schon Flüssigkeit auch schon gelassen. Ja, durchfalle da im Sieb. Das Salz. So, jetzt kommt das da rein. Moment. Nee, ist er, ist er. Weißt du? So. So. Cool. Super. So. Mhm. Und jetzt? Jetzt geht es weiter, Schatzi. Also, was steht jetzt drinne? Zwei Eier. Hier musst du, ja. Warte, jetzt kommen zwei Eier rein, ne? Zwei Eier. Eier, dem Mehl und dem Koriander zu dem Gemüse rein. Ja, Koriander machen wir nicht. Eier? Ja. Da war jetzt eine Schale mit drinne. Hier? Da rein. Na ja. Wo ist das? Na ja, ist egal, die wurde es amalmt. Kalb macht nichts, weiter. So, und jetzt das Mehl. Warte mal, und das Mehl, wie viel Gramm? 60 Gramm. Wie hast du die Abgebung, 60? Ja, das sind 60 Gramm. Okay, dann mach das Mehl rein. Das sind zwei Erstlöffel. Ja, warte mal, versuch mal das nicht, äh, versuch das mal hier nebenan irgendwo zu. Okay. So. Und noch was drin? Irgendwas? Joghurt kommt da auch noch drin. Ah, nee, Joghurt war ja für den Typ. Und das wird jetzt alles verrührt. Ja. So, das wird jetzt vermixen. Oh, wie viel? Was steht drin, Herr Schatz? Äh, linkslauf 25 Sekunden, Stufe 3. So, ihr Lieben, so sieht es aus. Und da werden jetzt Puffer von hier formt. Ähm. Tja, da schauen wir mal. Also, die muss leider irgendwie formen. Weil irgendwie nichts ausmacht, das hier anzufassen. Ich hab damit so meine Probleme. Meine Nägeln. So, irgendwie, wie viel Puffer soll man dann da rausbekommen? Was steht denn drin? Das steht da nicht. Erstmal muss das nochmal salzen und pfeffern. Achso, okay, salzen, genau. Salzen, also erstmal vielleicht kosten, ne? Ja, kostet es erstmal. Ja. Salzen und pfeffern. Ja. Gib mir mal, ähm, war schwarzen Pfeffer da oben. Mit dem anderen grünen Behälter. Ja, der, mhm. Ja, aber kann der nachfüllen. Salz war noch reichlich noch, ne? Salz war noch einen halben Esslöffel. Halben Teellöffel. Naja, ich... Und jetzt nochmal, ne? Ja. Da warte, ich zoome euch das mal ran, das Rezept. Also so, 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 so soll das nachher aussehen. Und dann zoome ich euch mal das... Und hier ist das Rezept. Macht da einfach Pause. Und dann habt das. So, jetzt ist da nochmal durch. Ha, okay. Ja, hat eine gute Wurzel. Mhm. Gut. Warte, ich muss jetzt nochmal... Das ist jetzt ein bisschen, ist das jetzt nicht zu salzig, aber das verliert sich schon, ne? Na, ist gut. So klein, ne? Ja. Naja, mach mal. Muss wie so erstmal warten, bis das heiß ist, das fett, ne? Ich probiere ja nur aus, wie es ist. Und, wie sind sie? Oh, die sind gut. Na, ich verfalle. Ja. Okay. Und die packen wir jetzt in die Pfanne, wenn wir sie ausgebraten haben. Also, wie man sie in die Pfanne brät, muss man euch ja nicht zeigen. Das wisst ihr ja. Wenn sie ausgebraten sind, ähm, dann zeigen wir euch. Und jetzt kommen wir nochmal zurück. So, ihr Lieben, ähm, das ist jetzt das Endergebnis. Das sind die Zucchini, äh, Möhrenpuffer, der Joghurt-Dip, die Gurkensuppe, unser Platz, wo wir jetzt essen. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Und ja, bis zum nächsten Kochvideo. Tschüss. Und so sieht's auf dem Teller aus. Sieht das nicht lecker aus? Richtig lecker aus.